Wir betraten Mernie 13. Es war leer, verlassen. Wir konnten kaum die Hand vor Augen sehen. Ich gab den Befehl, zusammen zu bleiben. Wir waren auf dem Weg zum Magnussystem. Nach einer Stunde erreichten wir unser Ziel. Wir sollten die... die Strahlung messen. Meine Leute standen etwas weiter hinten. Ein heller Blitz. Die Panzer. Sie fing an zu leben. Eine starke Explosion. Nein, etwas anderes. Die Lichter gingen aus. Ich bunkte meine Leute an. Allen ging es gut. Doch wir waren an einem unbekannten Ort. Welcher Ort? Ich weiß es nicht. Irgendeine Stadt. Sie sah aus wie Mernie. Doch sie war es nicht. Ich kann es nicht erklären. Was passierte als nächstes? Andere Panzer. Sie erschienen. Andere Panzer? Woher? Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was geschah. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was haben Sie getan? Wir haben Sie beschossen. Uns... uns ging die Munition aus. Wir gerieten in Panik. Wir zogen uns zurück. Ich entkam. Allein. Wie? Wie sind Sie entkommen? Schick den nächsten Zug los. Willkommen in Mernie 13. Wir haben hier natürlich einige Sachen zu tun gehabt. Und jede Menge Missionen, um gewisse Dinge freizuschalten. Und nebst dem gab es auch noch diese Zeugnisse. Um die geht es jetzt in diesem Video. Ausschließlich. Und zwar ist das so eine Art Story, die die da reingemacht haben. Und ich finde die ziemlich interessant. Deshalb. Für all jene, die diese Zeugnisse nicht alle zusammengekriegt haben. Bis dann mittlerweile der letzte Tag. Ist dieses Video gedacht, damit sie auch die Story erfahren. Zeugniss Nummer 1. Ich hörte nur, dass Sie sich immer noch nicht darüber einig sind, welche Sprengkraft Sie brauchen. Also gewisse Aussprachen werden vielleicht ein bisschen verkorkst sein. Wie zum Beispiel solche Namen hier. Äh, ich bitte dies zu entschuldigen. Ich werde einfach, äh... Naja. Ausszug aus dem Brief des Gefreiten Tsiaborski 1 von 2. Dieser vom Militär zensierte Brief wurde in den Akten der Militäreinheit gefunden. Ich bin immer noch hier in Asagir. Mein Einsatz ist noch lange nicht abgeschlossen. Doch dank der Bearbeitungsdauer unseres Postdienstes, das wird euch mein Brief sicher erst erreichen, wenn ich nach Hause komme. Ganz ehrlich wünschte ich, ich könnte in Mjani bleiben, wo ich rekrutiert wurde. Das ist nur rund 20 Kilometer von hier entfernt. Doch die Orte sind so unterschiedlich. Myrne ist eine kleine und gemütliche Stadt. In der Freizeit gibt es dort viel zu sehen und zu unternehmen. Ich wäre gerne einer dieser Soldaten der Stadtgarnisoren. Aber Asagir... Dieser Ort bedrückt mich und hier fühlen sich die Tage qualvoll lang an. Ich lasse seit drei Monaten keine Bücher mehr. Mein Gott bekommt einfach keine. Niemand liefert sie aus Mjani. Wir haben Ausgangssperre und uns wird nichts gesagt. Scheinbar bin ich nur ein kleines Rädchen in einer großen Maschine. Kein Verteidiger unseres Vaterlandes. Man merkt doch, dass es ein geheimes Versuchsgelände ist. Aber warum verheimlichen sie uns die Wahrheit? Wir geleiten unseren Spezialtrupp, damit Hilfe seismischer Detonationen gräbt. Ich hörte nur, dass sie sich immer noch nicht darüber einig sind, welche Sprengkraft sie brauchen. Zeugnis Nummer 2 Laster mit Gefahrgutzeichen erreichen einer nach dem anderen die Stadt. Dieser vom Militär zensierte Brief wurde in den Akten der Militäreinheit gefunden. Die Leute vom Forschungsinstitut, die alle Aktivitäten beobachten, versichern uns, dass es das Bohren beschleunigen, Löcher in den Boden machen und andere Dinge bewerkstelligen soll. Aber Mirne ist keine Bergbaustadt. Es gibt dort Ölvorkommen, aber kein Erz. Ich habe keine Ahnung, warum sie Sprengstoffe verwenden, um Öl zu gewinnen. Außerdem ist es kein normales TNT. Sie verwenden Atombomben mit geringer Sprengkraft. Aber ich sah nichts. Eines ist sicher. Wenn sie dieses Unterfangen fortsetzen, führt das zu einem enormen Erdbeben. Wenigstens zeigen unsere Geigerzähler nichts. Entweder sind die Detonationen wirklich tief oder die Ladungen wirklich gering. Lass damit Gefahrgutzeichen erreichen einer nach dem anderen die Stadt. Grüß Papa von mir. Sag ihm, wenn ich zurückkomme, schreibe ich mich in das Filiologische Fakultät ein, wie er es wollte. Keine Ahnung, was das ist. Egal. So. Zeit ist Nummer 3. Später sagte er uns, dass vor langer Zeit etwas Ungewöhnliches im Öl entdeckt wurde. Ein Brief von einem einheimischen Schulmädchen an ihre Freundin aus dem Ferienlager. Meist kümmere ich mich um meine kleine Schwester, da meine Eltern so mit Arbeit beschäftigt sind. Papa bot noch immer nach Öl. Er sagt immer, Öl sei unsere Zukunft. Ich fragte ihn einmal, wie es aussieht und er brachte eine Kanne voll mit Öl nach Hause. Das war dann ein totales Schlamassel. Meine Schwester und ich waren voll Schlamm und Mama war so sauer auf Papa. Später sagte er uns, dass vor langer Zeit etwas Ungewöhnliches im Öl entdeckt wurde. Niemand hatte je so etwas gesehen. Bald war die Stadt voll mit Wissenschaftlern, die versuchten, das zu erklären. Papa lieferte ihnen Öl und so lernte er Mama kennen. Seitdem steht eine große Struktur in der Stadtmitte mit Leuten in weißen Kitteln, die etwas dorthin bringen. Die Struktur wird Magnus genannt und scheinbar ist sie wichtig, da Soldaten sie bewachen. Papa glaubt, dass die Wissenschaftler etwas aus dem Öl entfernen und in Magnus lagern. Die Struktur sieht so schick aus. In der Sonne glänzt sie in verschiedenen Farben und brummt am Abend. Zeugnis Nummer 4 ist dieses Bild. Manchmal gingen wir zum Platz und haben uns das große Ding angesehen. Es glänzt so schön in der Sonne. Nochmals, es gibt keinen Grund zur Sorge. Alles wird sich in wenigen Tagen beruhigen. Erhielten wir zahlreiche Briefe unserer geschätzten Leser. Die Leute fragen sich, was das für anormale Erdbeben sind, die in der letzten Zeit in unserer netten Stadt auftraten. Wir baten die zuständige Abteilung des Instituts für Geologie und Geophysik um einen Kommentar. Der leitende Forscher Adam Nungwak beantwortete gerne unsere Fragen. Moa Adam Die Bürgernis sorgen sich wegen der aktuellen seismischen Aktivität. Können sie die Situation etwas erhellen? Ian Unsere Seismometer entdecken tatsächlich einige Beben. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass sie durch die übliche Bewegung der Lithosphärenplatten verursacht wurden und wir kaum ein großes Erdbeben fürchten müssten. Alteingesessene können sich aber an nichts derartiges erinnern. Diese Region war immer ruhig. Doch in den letzten Wochen taten die Erdbeben mit Beängstigungen der Beharrlichkeit auf. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Anomalie mit den Unternehmungen der im Testgelände Arsagir zusammenhängt. Wollen sie das kommentieren? Sehen sie, ich gehöre nicht zum Militärpersonal und ich kann keine Vorgänge im Testgelände Arsagir kommentieren. Richtig, die Stadt ist unweit des Polygons. Doch glauben sie mir, was immer dort geschieht, kann in keiner Weise die Lithosphärenplatten beeinflussen. Alles wird sich bald beruhigen. Wir glauben, dass sich die seismische Aktivität demnächst beruhigen wird. Können sie etwas zu den magnetischen Anomalien sagen? Zum Beispiel das periodische Drehen der Kompassnadel. Sie zeigt nicht mehr Richtung Norden. Außerdem gab es vor kurzem zahlreiche Stromausfälle. Die Spannung des Stromnetzes schwankt, Elektrogeräte fallen aus. Doch das Umspannwerk meldet keine Probleme. Stehen die Probleme in der Stadt vielleicht im Zusammenhang mit der anormalen Weben? Das ist meiner Meinung nach recht unwahrscheinlich. Ich sehe keine Verbindung zwischen diesen Phänomenen. Nochmals, es gibt keinen Grund zur Sorge. Alles wird sich in wenigen Tagen beruhigen. Die Aussagen eines hoch angesehenen Fachmanns lassen keine Zweifel, dass unser Stadtleben in nächster Zukunft zur Normalität zurückkehrt. Alle Verschwörungstheorien verlieren ihren Reiz und die Menschen können die letzten warmen Herbsttage genießen. Laut Vorhersage erwartet uns nächste Woche trockenes und sonniges Wetter. Dennoch werden wir die Lage weiter im Auge behalten. In der nächsten Ausgabe werden wir eure Fragen mit Roman Kubikia diskutieren, dem Kapitän des Ölförderer Fußballteams. Sie werden uns begraben. Es macht gar keinen Sinn, das Militär um einen Kommentar zu fragen. Sie werden kein Sterbenswörtchen sagen. Eine Notiz des Chefredakteurs. Meine Güte, ist das lächerlich. Lithosphärenplatten? Wer ist dieser Novak eigentlich? Ich sprach eine Stunde mit ihm, bekam aber keine einzige direkte Antwort von ihm. Wollen wir unsere Leser abschließend in die Irre führen? Jeder weiß, auch ich, dass das Militär der Grund für all das ist. Ich sah die Konvois nach Asagir mit eigenen Augen. Ich habe keine Ahnung, was mit solchen Militär-Eskorten transportiert wird. Sie bohrten an den Ölquellen in die Tiefe und laut meiner verlässlichen Quelle legten sie dort Sprengsätze. Sie werden uns begraben. Es macht gar keinen Sinn, das Militär um einen Kommentar zu fragen. Sie werden kein Sterbenswörtchen sagen. Ihr habt die seltsamen Lichter in der Nacht selber gesehen, die wie Nordlichter aussehen. Ein Ding der Unmöglichkeit auf diesem breiten Grad. Wie erklärt ihr euch die zahlreichen grundlosen Elektrobrände? Ganz zu schweigen davon, dass meiner Frau gestern eine Nadel auf den Teppich gefallen ist und unser Magnet sie nicht aufheben konnte. Über Nacht wurde er entmagnetisiert. Die Leute machen sich langsam Sorgen und sie glauben unseren Artikeln nicht. Wir beide wissen das. Bitte sei vernünftig. Pack deine Sachen und geh. Eine Nachricht einer ansässigen Frau an ihre Schwester. Nina, wir gehen. Emil weiß, wie er die Absperrung umgehen kann. Wir werden ihm folgen. Bitte sei vernünftig. Pack deine Sachen und geh. Schenke der Zeitungen keinen Glauben. Es ist zu gefährlich, noch länger hier zu bleiben. Ihr müsst sofort Maßnahmen ergreifen, um über die Stadt vorübergehend, und ich betone noch einmal, vorübergehend eine Quarantäne zu überheben. Aus dem Protokoll des Treffens mit dem Garnisonskommander werden keinen Notfall- oder Ausnahmezustand ohne Befehle ausrufen. Sämtliche Kommunikationswege sind tot. Die Techniker finden keinen Grund, also können sie ihn nicht so schnell wie möglich beheben. Wir sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten und wir müssen jetzt die Entscheidungen fällen. Es könnte zu spät sein, bis die Meldung über unseren Notfall die Zentrale erreicht. Genossen Offiziere, ihr müsst sofort Maßnahmen ergreifen, um über die Stadt vorübergehend, und ich betone noch einmal, vorübergehend, eine Quarantäne zu verhängen und nur einen Kommunikationskanal zwischen Mirni und Asagir zu verwenden. Wir können keinen Kontakt zum Kommandanten von Asagir errichten. Wir haben ein Auto ausgesandt, das ihn finden soll. Hier sind meine Befehle. Kanonenko errichte einen Kontrollpunkt an der Kreuzung von Bohr und Kurierstraße. Bakinski errichte einen Kontrollpunkt am Arsenalplatz neben dem Umspannwerk. Kovalev sichere den Ausgang der Chopinstraße und findet die Leute der Spezialabteilung. Schickt sie sofort zu mir. Niemand verlässt die Stadt. Die Lebensmittellaster müssen an den Kontrollpunkten abgeladen und sofort zurückgeschickt werden. Erzählt niemandem irgendwas. Im schlimmsten Fall antwortet ihr, dass dies eine vorübergehende Maßnahme ist. Kein Grund zur Panik besteht und die Straßen durch den Regen im schlechten Zustand sind. Ich wiederhole, die Situation ist kritisch und ich zähle auf eure Erfahrung.